In der Geschichte des europäischen Fußballs gab es schon unzählige Fußballnationalmannschaften, die verschwunden sind. Die Tschechoslowakei, die DDR, die Sowjetunion, das Saarland, Jugoslawien und der Freistaat Irland sind so die bekanntesten auf unserem Kontinent. Ein Land aber, das noch nie eine eigene Fußballnationalmannschaft besaß, ganz zu schweige eine eigene Liga, war die Doppelmonarchie Österreich-Ungar. In diesem Video stellen wir uns die Frage, wie würde der Fußball aussehen, wenn Österreich-Ungar nie zerfallen wäre und gleichzeitig auch einen eigenen Fußballverband mit Nationalmannschaft, Liga und so weiter hätten. Bevor wir das Video starten, muss ich erstmal was richtig stellen. Mir ist bewusst, dass solch ein Szenario absolut unrealistisch ist und dass dieser Vielvölkerstaat, wenn er nicht 1918 aufgespalten wurde, irgendwann eh aufgehört hätte zu existieren. In diesem Video tun wir aber so, als hätte es den Staat Österreich-Ungarn bis heute noch gegeben und wäre niemals auseinandergefallen. Denn in diesem Video geht es um ein Was-wäre-wenn, ein Format, wo ich euch die verschiedensten Gedankenexperimente vorstelle und diese dann versuche in die heutige Zeit zu packen. In diesem Was-wäre-wenn, Was-wäre-wenn Österreich-Ungarn noch bis heute existieren würde und gleichzeitig noch eine eigene Liga und einen eigenen Fußballverband hätte. Bevor wir zum Fußball übergehen, beschäftigen wir uns noch ein kleines bisschen mit Geografie, Erdkunden und die Geschichte des Landes. Die österreichisch-ungarische Monarchie, informell auch Doppelmonarchie genannt, war eine Realunion in der letzten Phase des Habsburger Reiches im Mittel- und Südosteuropa für den Zeitraum zwischen 1867 bis 1918. Mit rund 676.000 Quadratkilometern war Österreich-Ungarn nach der Annexion Bosnien und Herzegowina 1908 flächenmäßig das zweitgrößte und mit 52,8 Millionen Menschen das bevölkerungsmäßig drittgrößte Land Europas. Sein Gebiet umfasste zuletzt die Territorien der heutigen Staaten Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien sowie Teile des heutigen Rumäniens, Teile der Westukraine, Südpolens, Montenikos gemein an der Küste, Italien, Südtirol und Serbiens Volvodina. Amtssprache im Land war hauptsächlich Deutsch und Ungarisch, aber aufgrund der verschiedenen Völker und Kulturen im Land sind auch Sprachen wie Polnisch, Böhmisch, Serbo-Kroatisch, Slowenisch, Rumänisch, Routenisch und Italienisch sehr verbreitet im Land gewesen. Die größten und bekanntesten Städte im Land waren einmal die beiden Hauptstädte Wien und Budapest, dahinter Prag, Lemberg und Graz, danach Dries, Brün, Zegedin und Krakau und weitere wären Mario, Vere, Siopel, Debreken, Pilsen und Pressburg. Würde man die Städte auf die heutige Zeit übertragen, dann wird aus Lemberg, Lviv, aus Maria, Vere, Siopel, Zubutika und aus Pressburg, Prateslava. Städte, die man auch nicht vergessen darf, wären Linz, Zagreb, Sarajevo, Salzburg, Split, Bozen, Novi Sad, Jubilana und Klutsch. Man könnte noch viele weitere große und uns heute noch bekannte Städte aufzählen, aber das sind erstmal von den Namen her die populärsten. In einem Was wäre wenn zu Österreich-Ungarn könnte man auch noch tiefer in die Geschichte eingehen und sagen, wie die Politik und die Geschichte von der Doppelmonarchie heute aussehen würde. Wäre Österreich-Ungarn heute viel größer und viel mächtiger und könnte mit Großmächten wie die USA, Russland, China und Indien mithalten? Wäre das Land vielleicht keine Doppelmonarchie, sondern eher eine Doppeldemokratie? Und wäre Hitler jemals Diktator von Nazi-Deutschland geworden und hätte es jemals den Zweiten Weltkrieg gegeben? Und wenn ja, wie würde er mit Beteiligung Österreich-Ungarns aussehen? Fragen über Fragen, die ich euch nicht beantworten werde und auch nicht möchte. Auch wenn das alles sehr interessant klingt, habe ich ehrlich gesagt nicht die Expertise dafür, um euch diese ganzen Fragen vernünftig mit Fakten gestützt beantworten zu können. Ich bin ausschließlich nur ein Fußballkanal und nicht fucking Mr. Wissen2Go. Danke, du hast meine Geschichtsnote gerettet. Wenden wir jetzt die kleine Geschichtsrunde und konzentrieren wir uns jetzt auf die Historie des österreichisch-ungarischen Fußballs. Die Geschichte des Habsburger Fußballs beginnt in den Mitte der 1890er Jahren in Österreich. Im November 1894 trugen der Fürst Wiener FC 1894 und der Wiener Cricket & Football Club, die ältesten Vereine des Landes, das erste offizielle Fußballspiel in Österreich aus. In Österreich begonnen, verbreitet sich der Fußball über die ganze österreichisch-ungarische Monarchie und der Sport wurde im Land immer beliebter. Mit dem Challenge Cup wurde 1897 der erste und bis heute einzige österreichisch-ungarische Pokalwettbewerb gegründet und bis 1911 regelmäßig mit paar Pausen abgehalten. An diesem Turnier durften mehrere Vereine aus den unterschiedlichsten Regionen im Kaiserreich antreten, aber bis auf paar Ausnahmen nahmen größtenteils Vereine aus Österreich und Ungarn daran teil und sehr selten mal welche aus Tschechien. 1911 wurde dieser Wanderpokal eingestellt und gilt heute als offizieller Vorgänger des österreichischen Pokals und des 1927 gegründeten Metropa-Pokals. Am 18. März 1904 wurde der österreichische Fußballverband gegründet und wurde 1905 in die FIFA aufgenommen. Deutlich früher als Österreich wurde am 19. Januar 1901 vor 121 Jahren der ungarische Fußballverband gegründet, aber wurde erst paar Jahre nach Österreich 1907 in die FIFA aufgenommen. Eine dritte Fußballnation, die während des Zeit des Kaiserreiches entstand, ist die vom Königreich Böhmen, die 1901 gegründet und 1906 in die FIFA beigetreten sind. Jedoch gefiel das den Vielvölkerstaat nicht so wirklich und sah sich seiner Existenz bedroht. Daher setzte der österreichische Fußballverband 1908 den FIFA-Ausschuss vom Böhmischen Fußballverbandes durch. Ähnlich wie es auch in Großbritannien damals der Fall war, spielten die beiden Fußballverbände Österreich und Ungarn in ihren Anfangszeiten regelmäßig gegeneinander, sodass daraus eine richtige Rivalität wurde. Bis heute spielten sie insgesamt 137 Mal gegeneinander, wobei Ungarn mit insgesamt 67 gewonnenen Derbys die meisten Aufeinandertreffen gewann. Schauen wir uns jetzt mal die eventuellen Erfolge der österreichisch-ungarischen Nationalmannschaft an. Wenn diese bis heute noch gegeben hätte. Dabei schauen wir uns die Erfolge der verschiedenen Fußballnationen an, die ihren Ursprung aus der Doppelmonarchie haben. Damit ich das Ganze vergestalte, nehme ich nur Länder rein, die nahezu vollständig zu Österreich-Ungarn gehörten. Bis auf bei Spieler und Vereinen werden die Erfolge der Nationalmannschaften von Polen, Ukraine, Montenegro, Italien, Serbien und Rumänien nicht den von Österreich-Ungarn mit einberechnet, da Italien sicherlich ohne den Südtirol trotzdem viermal Weltmeister gewesen worden wäre. Kommen wir aber jetzt zu den Trophäen. Und da habe ich mich sehr, sehr schwer getan. Denn wie ihr wisst, ist die Donaumonarchie Österreich-Ungarn heute auf mehrere Länder und Staaten aufgeteilt. Deshalb, was schwierig herauszufinden ist, wie stark die unterschiedlichen Nationalmannschaften mit zusätzlichen Spielern aus der Habsburger Monarchie wären. Deswegen kann ich hier nur mutmaßen. Seit Gründung der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1930 gab es insgesamt sieben österreichisch-ungarische Nationalauswahlmannschaften, die mindestens einmal sich für das Turnier qualifiziert haben. Von den sieben Nationalmannschaften ist jedoch Kroatien das einzige Land, das sich dieses Jahr für die Weltmeisterschaft in Katar qualifiziert hat. Die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft der Herren wurde noch nie von einer von denen gewonnen. Jedoch wurde man insgesamt fünfmal Vize-Weltmeister. Zweimal Ungarn 1938 und 1954. Nochmal zweimal die Tschechoslowakei 34-62. Und zu guter Letzt Kroatien einmal 2018. Würde man alle diese Nationalmannschaften mit zusätzlichen österreichisch-ungarischen Spielen ausstatten, dann wäre sicherlich drei, vier Weltmeistertitel drin gewesen. Vor allem wie heftig wäre bitte schön Ungarn in den 1950er Jahren gewesen. Da hätten die Deutschen sich doppelt dopen können und Ungarn hätte trotzdem das Finale 1954-15-0 gewonnen. Bei der Fußball-Europameisterschaft nahmen auch einige Habsburger Mannschaften teil und 1972 wurde die Tschechoslowakei sogar Turniersieger. Wenn man noch Tschechiens Vize-Europameisterschaft 1996 anguckt, dann wäre vielleicht noch ein zweiter drin gewesen. Bei den Olympischen Sommerspielen ist Ungarn mit drei Goldmedallen im Herrenfußball der Rekord-Turniersieger und auch die Tschechoslowakei holte einmal 1980 Gold. Da Ungarn noch zweimal im Laufe der Geschichte Silber holte, genauso auch wie einmal die Tschechoslowakei und Österreich, wären sicherlich noch zwei, drei weitere Goldmedallen erreichbar gewesen. Für eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft hat sich bisher noch nie eine österreichische-ungarische Fußballerziehung qualifiziert und bei einer Fußball-Europameisterschaft der Frauen war es nur zweimal Österreich, die 2017 sogar ins Halbfinale kamen. Neben Legenden wie Ferenc Puskas, Panenka, Davos Suka, Petr Tschech, Josef Bichan und Matthias Sindela hätte Österreich-Ungarn einige Weltfußballer in seinen Reihen gehabt. Insgesamt vier österreichisch-ungarische Fußballer gewannen im Laufe der Geschichte den Ballon d'Or. 1962 Josef Masupust, 1967 Florian Albert, 2003 Pavel Nedvedt und 2018 Luka Modric. Welttorhütter wurde 2005 Petr Tschech. Weltschiedsrichter wurde von 1994 bis 1997 viermal hintereinander Sanderpoel. Internationale Wettbewerbe gewann Österreich-Ungarn mit seinen Vereinen insgesamt fünfmal. Einmal durch Dynamo Zagreb und Ferenc war Rost Budapest und drei Titel hat man den slowakischen Fußballverein Slova und Bratislava zu verdanken. Die Vereine, die so am häufigsten am Europapokal der Landesmeister aka die UEFA Schemmstig teilgenommen haben, war Sparta Prag mit 28, Dynamo Zagreb mit 24, Austria Wien mit 19, Rapid Wien und Red Bull Salzburg aka Austria Salzburg mit 18 und NK Maribor mit 16 Jahren in der Königsklasse. Kommen wir aber von der Vergangenheit ins Jetzt. Wir stellen uns die Frage, wie gut wäre eine österreichisch-ungarische Erste Liga und wie sähe sie aus? Aufgrund der verschiedensten Klubs aus den unterschiedlichsten Regionen wird es schwierig nach der UEFA Fünfjahreswertung zu gehen. Bei Österreich, Kroatien, Ungarn, Bosnien und Co. wäre das möglich, aber wie soll man bitteschön die Stärken von Südpolen oder der Westukraine anhand der UEFA Fünfjahreswertung messen? Aus diesem Grund habe ich einfach eine Liste von Ländern gemacht und wie viele dessen marktwert her stärksten Vereine in der Ersten Liga starten dürfen. Von insgesamt 18 Teilen im Erstligisten ist darunter ein serbischer, zwei kroatische, zwei bosnische, drei österreichische, zwei tschechische, drei ungarische, ein slowakischer, ein polnischer, ein slowenischer, ein ukrainischer und ein rumänischer Fußballverein in der ersten Saison in der ersten Harzburger Liga. Da die Anzahl der Teams begrenzt ist, schaffen es Vereine wie der NK Ossiek, Han Kachjeka, Rapid Wien, Viktoria Pilsen, Borka Banja Luka und Sparta Trinnavar nicht in die erste Liga. Würde man diese noch nach ihrem Marktwert sortieren, dann sähe die Liga so aus. Der Meisterschaftskampf wird mit höherer Wahrscheinlichkeit zwischen RB Salzburg, Dynamo Zagreb und Sparta Prag ausgemacht werden, obwohl Slavia, Budapest und Spitt auch für einige Überraschungen sorgen könnten. Im Abstiegskampf werden sehr wahrscheinlich folgende Teams darin verwickelt sein, wobei es für Sarajevo und Roj Lviv am schlechtesten aussieht. Wer der Rekordmeister in Österreich-Ungarn wäre, darüber kann man nur spekulieren. Anhand der UEFA-Klub-Qualefizienten habe ich die eventuellen Meister von 2000 bis 2022 herausrecherchiert und die blende ich euch jetzt hier mal ein. Die Liga hat einen Gesamtmarktwert von 679,90 Millionen Euro und wäre damit im europäischen Vergleich auf Platz 11. Schauen wir uns jetzt mal die österreichisch-ungarische Fußballherren-Nationalmannschaft an. Sagen wir mal, wir dürfen zum nächsten Länderspiel einen 23-Mann-Kader nominieren und diesen Kader dürfen nur Spieler, die auf dem Staatsgebiet von Österreich-Ungarn geboren sind. Beim Nationaltrainer ist die Herkunft eigentlich unrelevant, aber möchte man einen Trainer, der gebürtig aus der Region stammt, dann gibt es Kandidaten wie Peter Stöger, Adi Hütter, Oliver Glasner, Ralf Hasenhüttl, Paldardai, Slatko Dalic und Niko Kovac. Die Ausstellung, die wir für die österreichisch-ungarische Fußballherren-Auswahl verwenden, ist die 4-3-3-Formation. Im Kasten der Habsburger steht Jan Oblak von Atletico Madrid. Unsere beiden Innenverteidiger sind Willi Orban von RB Leipzig und Skrinja von Inter Mailand. Die beiden Außenverteidiger sind links David Alaba von Real Madrid und rechts Vladimir Kufal von West Ham United. Die Zentrale besteht aus Luka Modric von Real Madrid, Marcel Sabitzer von FC Bayern München und Marcelo Pozovic von Inter Mailand. Auf dem rechten Flügel ist Josep Ilicic von Atalanta Bergambo und auf der anderen Seite links Dusan Tadic von Ajax Amsterdam. Ganz vorne im Sturm hat man viele Alternativen, aber ich habe mich letztendlich für Patrick Schick von Bayer 04 Leverkusen entschieden. Eine ganz gefährliche Truppe, aber jetzt gucken wir uns mal die Alternativen auf der Bank an. Dort haben wir als Oblak-Ersatz Sami Handanovic von Inter Mailand und Peter Gulashi von RB Leipzig. Dann haben wir noch Lienhardt, Bona Sosa, Matijo Kovacic, Konrad Leimer, Thomas Suchek, Ivan Perisic, Roman Jeremczuk, Edin Dzeko und Andrei Kramaric. Wenn man sich jetzt den gesamten Kader anguckt, sind da einige gute bis hin zur Weltklasse Spieler dabei und auf der Bank sieht es auch sehr sehr gut aus. Während man in der Verteidigung relativ dünn besetzt ist, hat man im Mittelfeld, im Sturm und im Tor eine deutliche Überbesetzung. Spieler wie Liivakovic, Mira Lempjanic, Kevin Kampel, Ivan Rakitic, Sasakalajic und Adam Projek musste ich schweren Herzens leider zu Hause lassen. Ein Problem, die viele Gedankenexperimente haben, wo es darum geht, dass sich mehrere Länder vereinen, ist, dass häufig eine oder vielleicht zwei Nationalitäten die ganze Mannschaft dominieren. Bei diesem Gedankenexperiment jedoch gibt es eine ganz bunte Mischung. Insgesamt sechs unterschiedliche Nationalitäten stehen in der Startelf und auf der Bank sitzen noch drei weitere. Insgesamt drei Tschechen, drei Slowenen, sechs Kroaten, fünf Österreicher, zwei Ungarn, ein Slowake, ein Ukrainer, ein Bosnier und ein einziger Serbe sind im Kader der österreichisch-ungarischen Fußballnationalmannschaft vertreten. Mit einem insgesamten Marktwert von 549 Millionen Euro liegt Österreich-Ungarn im weltweiten Vergleich auf Platz 9. Machen wir weiter und starten mit der letzten Frage in unserem Gedankenexperiment. Könnte Österreich-Ungarn eine Fußballwelt- oder Europameisterschaft austragen? Um diese Frage vernünftig beantworten zu können, müssen wir uns erstmal die WM-EM-tauglichen Stadien im Land angucken. Das größte Stadion steht in Ungarn, um genau zu sein, in Budapest und ist die Puskas Arena, die bei der Europameisterschaft 2021 insgesamt 67,2.000 Menschen Platz geboten hat. Dahinter kommt das Ernst-Happel-Stadion in Österreich, das Stadion Asim Verhatovic-Hase in Bosnien, die Arena Lviv in der Ukraine, Stadion Puljud in Kroatien, Stadion Null, dann Platini-San, tut mir leid wegen der Aussprache, und die Klutsch-Arena in Rumänien, die Red Bull-Arena in Österreich und das Fördersicht-Stadion, das auch in Österreich liegt. Wenn man ein großes Turnier austragen möchte, dann braucht es schon mehr Stadion mit über 35.000 Plätzen. Für unsere Doppelmonarchie heißt es, dass man ein paar Arenen noch ausbauen und vergrößern muss, vor allem vielen Stadien im Norden des Landes, wie Tschechien oder die Slowakei. Ansonsten hat Österreich-Ungarn schon die Grundstruktur und genügend Fußball-Tradition, um in der Zukunft irgendwann mal eine WM oder EM austragen zu können. Meine Einschätzungen und Erwartungen von Österreich-Ungarn. Die Nationale Liga hat meiner Meinung nach schon gute Teams, die relativ auf Augenhöhe sind. Deshalb glaube ich auch, dass es einen sehr spannenden Meisterschaftskampf wird. Jedoch sind die Mannschaften meiner Meinung nach nur gut und nach unten hin nur okay gut. Vereine wie RB Salzburg, Denau-Zakrebs, Laja Prag sind gute Mannschaften, aber keine internationalen Top-Mannschaften mit den größten Stars. Vielleicht hätten heute mehr Stars und Top-Spieler in der österreichisch-ungarischen Liga gespielt, hätte es sie gegeben, da sie auch relativ groß sind. Aber da kann man nur mutmaßen. Ich finde schon, dass die Liga eine gute Top-10 Liga Europas ist und eventuell vielleicht eine Top-8. Für mich bekommt die Nationale Liga 8 von 10 möglichen Punkten. Von der Liga gehen wir jetzt zum internationalen Geschäft. International werden die Mannschaften aus Österreich-Ungarn sicherlich des Öfteren unterwegs sein. In der Champions League sehe ich sie leider nicht. Über die Kurvenphase mit viel Glück vielleicht Achtelfinale hinauskommen. In der Europa League sieht das ganz anders aus. Da denke ich, dass dort das Viertelfinale, wenn nicht vielleicht auch das Halbfinale drin ist. Und in der UEFA Conference League sehe ich eigentlich alles. Da ist auch ein Turniersieg möglich und naja, international würde ich eine 6,5 von 10 geben. Kommen wir jetzt zur Fußball-Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft ist sehr, sehr gut aufgestellt. Könnte vielleicht ein bisschen jünger sein. Von der Stärke und Erfahrung her ist sie aber top. Man ist zwar im Mittelfeld, Sturm und im Tor sehr, sehr gut besetzt, aber die Verteilung ist schon ein wenig mager. Ich glaube, dass Österreich-Ungarn schon bei jedem einzelnen Turnier dabei sein wird. Sie werden auch dort zum absoluten Top-Favorit. Würde ich nicht ganz sagen, also sie werden zu den Favoriten zählen. Vielleicht werden sie auch mal den einen oder anderen Titel gewinnen. In der Kategorie Nationalmannschaft gebe ich Österreich-Ungarn 8,9 von 10 möglichen Punkten. Kommen wir zur letzten Kategorie für unser heutiges Gedankenexperiment. Die Infrastruktur und das Ausrichten von Turnieren. Wie gesagt, die Stadien und die Sachen hat man. Man muss noch einige Stadien ausbauen und verbessern. Vor allem in Tschechien und in der Slowakei ist es noch am nötigsten. Da braucht man mehr größere Stadien, damit es auch fair verteilt ist für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn man das alles hinbekommt, steht eine Turnierausrichtung nicht im Weg. Äh, ja. Ja, was soll ich noch sagen? In der Kategorie Infrastruktur und Ausrichten von Turnieren gebe ich 8 von 10 möglichen Punkten. Insgesamt bekommt der österreichische ungarische Fußball 31,4 von 40 möglichen Punkten. In meiner Bewertung steigt Österreich-Ungarn somit auf Platz 1 und überholt Katalonien. Jetzt seid ihr gefragt, wie stark würdet ihr eine österreichisch-ungarische Liga oder eine österreichisch-ungarische Fußball-Nationalmannschaft einschätzen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wer schon dabei seid, könnt ihr weitere Themenvorschläge für das nächste Gedankenexperiment dazu schreiben. Wenn ihr das letzte Was-Wäre-Wenn sehen wollt, dann klickt hier in der Endcard. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal und ciao. Das war's mit dem Video.